Achtung, ganz ganz kurzes Vor-Intro oder Pre-Intro. Wir haben eine Dampflokomotive, die Holz, Tiere, Steine und alles mögliche transportieren kann, eigenständig auch fahren kann, Passagiere mitnehmen kann und so weiter und so fort. Und wie das funktioniert in Vanilla Minecraft, wir haben die Version 10.1.10.2 drauf, das zeige ich euch jetzt. So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas Spezielles, nämlich eine neue Creation, die ich vorstelle. Das ist so ein Mix zwischen allen, zwischen Map, zwischen One Command und zwischen Structure Block Creation. Denn, ja, heute geht es um Züge in Minecraft Vanilla und man kann diese bauen, indem man sich halt, einen kleinen Ordner unterlädt, da ist einerseits ein Structure Ordner drin, den kann man in eine Karte einfügen, sodass man die Strukturen, die dort eingespeichert sind, mit Structure Blocks laden kann. Und in dem Sinne kann man auch eine One Command Creation draus machen, denn es ist ein Befehl dabei, den wir in den Command Block eingeben müssen, dass alle diese Strukturen geladen werden und dann entsteht ein so großer Kasten hier vorne, der die ganzen Mechaniken für die gleich kommenden Züge ermöglicht. Also es ist auch so etwas wie eine One Command Creation. Das Ganze ist von Gishen28 gemacht, falls es richtig ausgesprochen ist. Ich habe diese Karte schon mal vor längerer Zeit vorgestellt, muss fast ein Jahr her sein, da hat sich aber einiges getan, da ging es auch schon um Züge. Das wurde aber um Welten optimiert und da ist es auf jeden Fall wert, euch das nochmal zu zeigen. Es gibt verschiedene Anhängermöglichkeiten, du kannst die Züge selbst customisen und du kannst die Züge sogar Tiere transportieren lassen, Blöcke transportieren lassen, Holzstämme transportieren lassen und so weiter und so fort. Gut, ich fange mal an, indem ich mal meine eigene Lokomotive hier zusammenbastle. Und zwar haben wir verschiedene Spawn-Eier, die für uns oder Lokomotiventeile spawnen. Wir haben eine Steam-Lokomotive, wir haben eine Diesel-Lokomotive, wir haben eine Electric-Lokomotive, eine Waggon-Or-Lokomotive oder Wagon-Or-Lokomotive. Man kann schließlich Sachen reinmachen. Ich fange mal ganz kurz an mit einer Steam-Lokomotive. Ich setze die einfach mal hier drauf und, okay, ganz typisch, wurde sie in die falsche Richtung platziert. Ich versuche sich mal richtig rumzusetzen gerade. Geht das vielleicht so, 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 so? Hier so setzt? Ja. Es zeigt immer in die Richtung, so nach vorne, in die du gerade blickst. Und das ist unsere Steam-Lokomotive. Und hier können wir jetzt verschiedene Sachen hinten dranhängen. Und zwar können wir einen Passagierwagen dranhängen. Der sieht so aus. Oh, das ist sogar ein neuer vom Aussehen her. Ja, ähm, ich glaube, der passt nicht ganz zu der Lokomotive hier, denn das kann ich hier, zack, das erinnere ich mal eben, denn es ist ja eine ganz normale Dampflokomotive und das wäre was für einen ECE-Zug. Einen ECE-Zug gibt es ebenfalls. Deswegen mache ich mal ganz kurz einen Olden-Passenger-Car. Habe ich gar nicht dran gedacht. Äh, falls es noch funktioniert. So, einmal draufklicken. Macht's gar nicht. Finish-Training geht auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich die gerade abgebrochen habe. Pass auf. Remove all trains. Und wir starten nochmal neu. Okay, das heißt, da kommen die Lokomotive hin und jetzt hier ein altes Kart hinten dran. So, und jetzt zieht die Lokomotive einen Passagierwaggon. Sieht sehr nach so Western-mäßig aus. Äh, Dampflokomotive durch die Wüste fährt. Und da können wir natürlich weitere Sachen hinten dranhängen. Nochmal einen und nochmal einen. Und jetzt haben wir drei Passagierwaggons. Ich würde sagen, einer geht noch. Und dann, ja, wir können ja ein paar Züge austesten. So, oder besser noch, noch einen. Wir müssen Platz auf. Fünf Waggons. Alles klar. Und diese Lokomotive lassen wir jetzt mal losfahren. Indem man möglichst nah rangeht natürlich. Und dann Start Closest Train. Start Closest Train drückt. So, als er. Geht im Drei-Block-Radius allerdings nur. Und deswegen muss ich mich ganz kurz reinsetzen. Und jetzt fällt dieser Zug los. Und hat eben einfach so, es ist Minecraft Vanilla. Wie ihr oben nicht sehen könnt. Ihr habt die 1.10.2 drauf. Und da hat einfach mal jemand einen fahrenden Zug gemacht. Mit eventuell gleich noch einigen Mechaniken, die ich noch zeigen werde. Ultra Nice Creation. Dieser fährt natürlich auch hier die vorgebaute Strecke ab. Es gibt ein System, wo man selbst auch Strecken bauen kann. Unter anderem. Und das funktioniert mit diesen Strukturspauneiern. Damit können wir unter anderem eigene Strecken bauen. Kann ich am Ende am Schluss auch nochmal mitzeigen. Aber ich möchte erstmal die Funktionsmöglichkeit von dem ganzen Gerät darstellen. Das fährt jetzt hier einfach dann im Kreis. Ganz normal. Hin und her. Und ich kann mal zum nächsten Bahnhof gehen. Und das Gerät dort beispielsweise auch anhalten. Wenn ich da genug dran stehe. Oder wenn ich mich selbst mal reinsetzen würde. Kann ich an der richtigen Stelle dann auf Stop klicken. Ebenfalls mit dem Buch. Weil so funktioniert die Steuerung. Kann ich mal. Zack. So heißt sie rein. Und jetzt fahre ich erstmal in den Bahnhof rein. Ja. 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 Zum Beispiel hier rechts klickt. Zack. Und jetzt kann ich Stop Closest Train drücken. Und dann halten wir an. Und dann können die Passagiere theoretisch einsteigen. Pro Waggon passen hier drei Passagiereien. Du kannst die also hier so reinsetzen. An den warten wir hier einfach mal. Ich mache das halt. Zack. Und dann sitzt du im Zug drin. Hallo. Ich könnte jetzt wieder zuwinken. Aber ich habe kein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas kaputt mache oder so. Und ja. Für Multiplayer ist das doch mal eine nice. Und natürlich habe ich es kaputt gemacht. Ist du mir leid. So. Das war die Dampflokomotive. Natürlich gibt es noch mehr. Und das werde ich jetzt auch zeigen. Dann gehe ich mal wieder auf. Remove all trains. Und damit ist der Zug wieder entfernt worden. Und wir könnten uns einen neuen bauen, der vielleicht etwas anders nochmal ist. Ich werde nochmal die Dampflokomotiven nehmen. Aber dieses Mal ist es ein Güterzug, der Güter transportiert. So. Und jetzt können wir noch Sachen ergänzen. Zum Beispiel. Ich probiere mal alle anderen jetzt aus. Boxcard. So was hier. Flatwagon. Livestockwagon. Und Openwagon und Gondola. Sieht dann so aus. Und damit können wir jetzt Güter transportieren und Tiere. Beispielsweise hiervon. Könnt ihr gerade sehen. Das eignet sich doch perfekt, um Holz zu transportieren. Dann werde ich mal ganz kurz hier was holen. Nämlich Oakwood. So. Wenn ich das dorthin werfe. Habe ich verstanden? Funktioniert das? Ah ne. Ich muss erst noch spawnen. Nehmen. Sekunde. Loadwagon. Und dann muss ich hier rechtsklick drauf machen. Waggon. Waggon loading. Wenn ich jetzt hier was hinwerfe. Zack. Dann landet das da drauf. Und es kann transportiert werden. Ich kann sogar den Status hier abchecken. Indem ich mit dem Spawner draufklicke. Flatwagon. Capacity 1 von 10. Wir können also sozusagen 10 Stacks von Oakwood hier reinwerfen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Man kann keine Holzsorten mischen. Es muss nur dasselbe Holz sein. Und jetzt hier draufklicken. Wieder entsteht das Capacity 10 von 10. Und damit haben wir jetzt praktisch 10 Stacks an Holzblöcken. Die mit diesem Zug transportiert werden können. Gut. Und hier können wir unter anderem Tiere spawnen. Also wenn ich jetzt mal Schafe oder so nehme. Schiebe. Und die in die Nähe spawnen oder so da ranschiebe. Dann landen die da drin. Einfach so. Zack. Ich glaube man kann 6 Stück da reinschieben. Hier sind jede Stelle so 2. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht selbst rein. So. Und dann. So. Kann schon rein mit euch ihr Schafe. Zack. Und dann sind da ebenfalls welche. Kann ich das noch rein? Okay. Ne. Anscheinend ist es voll. Man kann also 6 Schafe rein donnern. Und diese sind jetzt im Tiltransporter drin. Für hinten könnten wir andere Sachen lagern, nehmen oder transportieren. Nehme ich beispielsweise Steine. Das heißt wenn ich die hier rauswerfe. Falls es klappt. Dann muss ich wieder load klicken. So. Wagon loading oder wagon loading und jetzt wurde der Stack hier reingeschmissen. Auch hier passen natürlich 10 Stacks wieder rein, die transportiert werden können. Und damit könnten wir ganz gechillt Ressourcen transportieren. Ähm. Das hier vorne ist nochmal eine Sache. Also dieser Waggon. Dieser. Wie heißt es? Ähm. Box Car. Ich kann mal Finish Train sagen. Dass der ähm. Dass der Zug jetzt so fertig ist und funktionieren soll. Hier sind Kisten drin mit Minecarts. Wo man Sachen generell reintun kann. Äh. Drei Minecart Kisten. Die ebenfalls Items transportieren können oder so. So abgeschlossen für Kleinzeug. Und natürlich können wir gerne wieder hingehen. Und die Lokomotive starten. Start closest train. Und der Zug fährt ebenfalls los. Die entsprechende Strecke ab. Die hier vorgegeben ist. Und ja. Läuft würde ich sagen. Wunderbar. Was will man mehr? Ist doch ein 1A Bild. So. Dann alles klar. Der Zug fährt ja erstmal ein kleines bisschen. Und ich würde sagen. Ich baue einen neuen. Oh ne. Warte mal. Ich zeige mal. Wie ich es entleeren kann. Und zwar können wir beispielsweise am Bahnhof hier vorne. Gleich erhalten. Also ich sitze jetzt gerade drin. So. Und jetzt hier. Rechtsklick. Und dann stoppe ich den mal. So. Was geht's? So. Tag stop edit. Und ähm. Dann können wir das entladen. Indem wir einfach auf. Unload gehen. Rechtsklick machen. Und dann. Müssten hier. Die ganzen Stacks raus ploppen. Wir können sie einsammeln. Genauso müsste das irgendwie hier so gehen. Obwohl. Ich kriege mir eine Schafe nochmal raus. Ich glaube. Ich muss mir die Bootser kloppen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Müssen wir mal nachgucken ansonsten. Und die Steine funktionieren ebenfalls so. Und rechtsklick einfach drauf in dem Anload-Waggon. Und dann landen die hier unten. Und dann kannst du die ganz normal einsammeln. Äh. In Kombination mit allem. Dann mache ich erstmal das hier raus. Und äh. Ja gut. Ganze Sachen. Inventar gelagert. Wir spawnen mal eine Diesel-Lokomotive. Die sieht so aus. Die arbeitet mit Diesel. Und ist halt so ein bisschen moderner aussehen. Da könntest du auch schon wieder so einen neumodischen Passagier-Waggon dranhängen. Oder ist es mehr fast schon wieder auch Güterzug. Dann können wir auch noch was machen wie ein ICE. Und das heißt dann machen wir die Electric-Lokomotive. Und das ist das Gerät hier. Und das sieht jetzt eher schon aus wie ein ICE. Und da kannst du dann auch hinten einfach mal dran. Passenger-Car-New machen. Passenger-Car-New. New. Und äh. Finish. Und dann hast du hier ein ICE. Der ohne Probleme los düst. Ich weiß nicht ob der gerade schneller übrigens ist. Oder ich glaube. Ich glaube der ist genauso schnell. Start closest train. Ja. Ich habe den gerade scheiße gesetzt. Ich habe den die Spitze vorne gesetzt. Deswegen fährt der ja weiter. Ich hätte ihn weiter hinten setzen müssen. Damit der erkennt, dass er hier schräg fahren muss. Und zwar gibt es. Ich wollte es ja mal eventuell kurz zeigen. Eine Möglichkeit selbst zu bestimmen. Eine Strecke. Oder indem er eine Strecke baut natürlich. Also es ist jetzt halt was vorgebaut. Deswegen dachte ich. Ich zeige es dir erstmal hier. Bevor ich dann selbst mit dem Bauen anfange. Damit die coolen Sachen erstmal so gesehen werden. Und dann theoretisch für die, die dran rasiert sind. Gibt es auch noch den Sandbox-Mode. Remove all trains. Und ich mache hier hinten einfach mal eine neue Strecke. Oder so. Dazu gehe ich mal ein kleines Stückchen nach hinten. Und wir brauchen dafür, wie ihr es schon gedacht habt, diese anderen Spawn-Eier. Das sind die Structure-Spawn-Eier. Und ja. Das sind Villager-Spawn-Eier in diesem Sinne. Und die können halt einige Dinge tun. Einerseits. So eine Strecke hier vorne. Die muss man selbst per Hand bauen. Also kann man sich dann aussuchen. Aber man kann einem Zug trotzdem schon mal eine Fahrbahn zeigen. Wenn man diese Spawn-Eier hier benutzt und damit auf den Boden schaut, dann bekommt man eine Redstone-Anzeige, die zeigt, in welche Richtung ein hier fahrender Zug umgeleitet wird. Würde also ein Zug hier so von dieser Richtung kommen. Und dann würde er in diese Richtung umgeleitet werden. Damit machen wir, dass das geht. Nämlich jetzt die Rechstrecke machen mit dem Spawn-Eier. Zack. Und dann wurde dieses Teil gesetzt. Und unterirdisch werden wir jetzt einen Bedrock-Turm finden mit einem Command-Block drin. Und der dann einige Dinge tut und Sachen einstellt. Und wenn wir hier an diesem Repeater unter anderem dann ein Redstone-Signal anstellen, dann können wir das Gerät hier oben wie eine Weiche wirken lassen. Wenn also jetzt ein Zug hier langfahren würde, habt ihr es gerade gesehen, dann würde er nach Schräg hier oben weitergeleitet werden. Wenn wir ein Redstone-Signal anmachen oder einen Schalter umlegen dann, dann würde der Zug das ignorieren und geradeaus weiterfahren. Und das ist ein äußerst nettes Feature. Und so funktionieren die Kurven. Wenn ich jetzt eine weitere Kurve möchte, dann bräuchte ich einen nächsten Train-Turn, wo es von dieser Diagonalen hier in diese Richtung geht. Müsste ich dann wahrscheinlich auch irgendwie hier so setzen. Und dann würde der Zug, der von da kommt, bam, so schräg, schräg und dann hier so weitergeleitet werden. Und dann kann man natürlich eine runde Strecke machen und das Ding selbst bebauen. Und dann funktioniert das. Wir haben auch einen Train-Turn, der in diese Richtung geht. Also in diese, 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 diese verschiedene Richtungen einfach, die man eben braucht, damit das funktioniert. Sechs, ne, sieben, acht Stück waren es an der Zahl. Und dann hier war ein Train-Slope. Was war das eigentlich? Ich weiß gar nicht, was ein Slope war. Ich glaube, das war so ein, so ein End-Posten, wo der dann nicht mehr weiterfährt. Also wirklich so ein Stopp ist. Das kann ich mir vorstellen, dass der dann einfach dann anhält oder so. So funktioniert das jedenfalls einfach. Zunächst erstmal eine Strecke bauen. Ein paar Steine, damit du weißt, wo es langläuft. Da mithilfe dieser Teile dann eine Strecke festlegen, weil wir Obsidian-Türmer unten drunter, die den Zug steuern. Und dann natürlich die Dinge hier oben wieder entfernen. Die Obsidian-Gerätschaften unterirdisch bleiben natürlich. Und diese steuern einfach weiter dann den Zug. Und damit einfach eine Strecke abbauen und dann kannst du dann langfahren ohne Problemchen. Spawn-Eye kriegst du vorne an der Command-Creation. Denn der Command ist mit in dem Download-Ordner drin von den Structuren. Denn es sind zwei Structures, glaube ich, da sind einige, die hier die Command-Maschine zusammensetzen. Und mit dem Command werden einfach nur die Structures geladen aus dem Ordner. Und findet ihr alles entsprechend verlinkt, falls ihr es gerne austesten wollt. Unter dem Video in der Beschreibung findet ihr dort dann auch den Link, wo ihr euch das runterladen könnt. Das ist ein Zip-Ordner mit den Structures drin, mit dem Resource-Pack und mit dem Command. Structures müssen in den Maps-Ordner. Resource-Pack muss in den Resource-Pack-Ordner. Müsst du auch aktivieren. Seht ihr in den Options hier drüben. Einfach so mal rüberziehen. Und den Command dann in der neuen Welt einfach aktivieren. Und dann habt ihr alles zur Verfügung. Holt euch die Spawn-Eye vorne dran. Baut eure eigenen Strecken und lasst es laufen. Oder ihr benutzt die Map hier. Die ist schon ein bisschen vorgearbeitet. Deswegen habe ich die genommen, weil es sehr cooler aussieht. Und dann könnt ihr euch einfach schon die fertigen Züge spawnen und im Kreis fahren lassen. In der Hoffnung, das war mal eine interessante Creation. Auf jeden Fall. Die wurde super gut geupdatet. Man kann wirklich viel mitmachen. Die Züge funktionieren. Man kann Sachen laden. Man kann Passagiere laden. Man kann entladen und so weiter und so fort. Man kann Züge beliebig anhängen. Super nice Creation. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Also von den Creations bisher ist es mit einer der besten, würde ich sagen. Mit Abstand einer der besten. Falls vielleicht geht auch das Video vom letzten Mal, die ältere Version davon. Da ist auch schon ein ziemlich großer Unterschied zu sehen, oder? Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video, Creation Video, was auch immer Video. Bis hin.